Mein Herr! Mein Herr! Ich bekomme einen Brief! Mein Herr, ich habe einige fürchtbaren Nachrichten. Was? Es scheint in unseren Schwachenzusten, dass andere Personen versuchen sie zu usirpen und nehmen die Titel der Stelpertrenner Bürgermeister der 5. Dimension. Sie reicht mit, Lisa! Gib mir das Handy. Ich muss eine SMS für ihn senden. Mein Herr und Meister! Die Einzungen, wahrer Gott! Die Zeit ist hier! Perfekt, sagen Sie meinen Fange, mein Schatz! Mein Volk, Anzahlen, desweiter Prinz von Liechtenstein, Stelpertrenner Bürgermeister auf der 5. Dimension ist Spock. Heute ist der Tag, dass wir seiner Erkunde zu Erde und fordern für Unstellung. Es ist so leicht wie A, B, C, D, A, F, G, H, E, J, K, L, M, N, A, Q, R, S, K, L, F, F, X, 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 X. Mein Herr! Was, was, was ist so wichtig, dann Sie bemühen mich in meinen Kamerin? Tut mir leid, aber es ist Chaos. Nick Cage sammelt seine Kräfte. Es gibt einen heiligen Krieg in Liechtenstein. Was? Sie können einen heiligen Krieg ohne den Papst. Sie kommen hier. Ja, hier ist das Ort. Oh Gott, nicht eher. Können Sie ihn steuern? Ich brauche ihn nicht kontrollieren. Ich brauche ihn zu inspeisen. Möge Gott erbarme sich unsere Sühlen. Und berg bist du. Ich habe dich beliebt für mich darin gekannt. Das kann ich, right? Von Wann drin, du, zu keinen Mann. Mir so heiß zu Handel haben und so kalt zu halten. Oh yeah! Was? Haben Sie keine Treue für deinen Ehreber? Oh yeah, erwarte Sie, die unerwarte von den Turnitreit von Wannsinn. Oh yeah! Ich bin ein Vampir. Fight! Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Haben Sie sich jemals eine von den Sohn Gottes gefühlt? Oh yeah! Was für das? Oh Gott! Er ist hier! Ich habe die Popemobil-Mandalen die Drummond-John angegeben. Warum? Oh yeah! Sie haben alle in der Gefahrenzone. Die Macher Wannsinn ist eingetragen. Oh yeah! Wie glauben Sie, dass Sie sind? Trotzdem ein Pop, so unfair, so gassig. Ich habe dir zurück diese Welt gebracht über Dämen. Und ich konnte von Sünden Sie. Oh yeah! Ich bin überall gewesen. Bin mit Aldern geflogen. Und mit Schlager geglickt. Oh yeah! Sie wird es, Macher Wannsinn. Komm auf, du! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh no! Oh no! Oh, das ist es! Oh no! Oh no! Du wirst mich nie besiegen. Ich war fast Superman. Ha! Sie haben gerade meine foreign-karte aktiviert. Wir haben die Beinen. Aber es ist so süß. Yo, yo, du gehst die Hunde. Wir sind in der Bündel und du besiegen. Ich bin der Prinz von Lichter. Ich bin der Berge Meister der Füften Dementia. Oh nein. Ich bin der Bündel von Slingens. Du wirst meinen Rutscheid. Ich bin der Rutscheid. Und sie werden das Morgen. Oh, yeah. Team Oben mit dieser Befummen und einem Daemen? Niemals! Ich bin kein Daemen. Ich bin ein Echser. Ein Haifisch. Ein Wormsuchen-Panther. Hören Sie mein Fahn. Tuten ohne mein eingenes Horn. Ich finde es ein Masterwerk. Sie sind wieder der Dunspaß. Goethe deine Lenden. Geh Macho Man. Du wirst sie nicht sein. Na dame. Du wirst sie nicht sein. Du wirst sie nicht sein. Das ist Macho Man. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Das war's für heute. Wer ist das? Ich bin dein Flurleben, Ihre ewige Silla, die Essens des Allmacht. Ich bin Hans Adam der Erste. Ich richte gern anstirpen, auch wenn er umgebrachte. Warum sind Sie hier? Ich bin hier, weil Sie in Not sind. Du musst kämpfen. Ich werde nicht schlagen Sie alle. Ich sagte, du willst die besten sein, als niemand alle sind. Bist du nicht den Storch-Chain-Burgermeister? Die Luft, die Erde, und du in der Obermorgen steckst? Was bist du hier rum? Verstehst du nicht? Du hast schon gewonnen. Hören Hans, nicht vergessen. Glauben dich, wer glaubt in dir. Geh Hans, das einzige Ding, als du, das ist die Wahrheit in dein Universum. Das magma und unser Herz mit Feuer. Prinz von Liechtenstein. Hans Adam. Du. Unz. Wer glaubt du? Ob es ist unmerglich oder lachlich. Toman schafft hinabgehen wegen der Kampf. Oh nein, Dunsparz. Sie sind immer unter Heck. Dunsparz, was machst du? Tut mir leid. Nein! Dunsparz, tut mir leid! Dunsparz, tut mir leid! Mögt ihr meine Warte, diese Explosion wird die Hohle in das Universum offenen. Und die Hohlen wird ein Weg für diejenigen hinter uns sein. Die Trauma-Dienigen, wen haben gefallen, die Hoffnung an diejenigen, wen werden nachfolgen. Diese zwei Säter, die Trauma wegen, zugleich ins eine Doppelhelix, und wegen entgegen Obermogendrillen. Und das ist Liechtenstein. Das ist Hans Adam. Ich bin, ich bin, stellvertretender Bürgermeister der 5. Menschen. Der stellvertretender Bürgermeister. Das ist ehrkraft, die Luft da! Ja! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020